Als ich von der Firma Kaiko diesen Reststock der Bento Boxen kaufen konnte, erhielt ich auch diese vier Varianten. Die habe ich einmal ausgepackt, zum sehen wie es zusammengefaltet aussieht und dann wieder verpackt, also es nie gebraucht wurde. Jede Box kannst du das Essen auch in der Mikrowelle erwärmen und natürlich in der Abwaschmaschine waschen. Das ist möglich, natürlich nicht in den Backofen legen, weil die sind ja aus Plastik. Hier siehst du wie es gefaltet aussieht und so ist es zusammengelegt, also wirklich auch platzsparend und ich habe hier diese vier Varianten. Einmal oder zweimal in der Größe 930 Inhalt, einmal mit Pink und einmal mit grauem Elastik und dann habe ich die klein mittlere Version mit 620 Inhalt, auch in Pink und dann einmal ganz klein in der 410 Version fürs Mini. Hier ist jetzt mehr so für Salat und Gemüse darauf und hier ist wirklich Bento Style und hier ist auch Bento Style einfach für die, die ein bisschen mehr Hunger haben. Diese vier werde ich in Kürze auf meine Homepage legen und dann auch zum Verkauf anbieten. Es hat einfach so lange wie es hat und wenn du schon jetzt dafür interessiert bist, melde dich bei mir. Ich bin natürlich gerne bereit, dir das auch sofort zu verkaufen, bevor ich es überhaupt auf die Homepage gelegt habe.